Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Folge 7 Days of Time mit der Hirnsturz. Grohlie besteht aus Spielekaiser. Hallo. Wodan. Hallöchen. Und leider auch Minias. Haben wir schon angefangen aufzunehmen? Ich habe jetzt gar nichts mitbekommen. So ist nämlich immer eigentlich vor der Aufnahme. Das war so ein Ding wie Spielekaiser letztens sagte und Wodan. Sag mal, haben wir jetzt alle Minibikes hergestellt, weil ich wollte ja mal Lederrüstung herstellen bzw. Scrap-Dings gelöst. Also du hast alle Minibikes fertig, ich kann das Leder und alles verwenden. Gut, dann... 36, ja. Okay, komm mal. Ist mir zu heiß. It's too hot. Okay. Outside. The beer. Schnell. Recipes. Spike. Reiche Pies. Schnelle Spikes. Oh Gott, da hast du mich erschreckt. Ich habe langsam Spikes gesetzt. Ähm, soll ich jetzt Leather Armor oder Scrap Armor? Alter, die zermanschen sich hier selbst. Ach, da brauchen wir's Duct Tape. Das heißt, ich muss gucken, was wir noch in Duct Tape da haben. Rechts, ganz rechts sind vier Stück drin. Ja, ich habe auch eben eins und vier ist natürlich übersichtlich. Mehr haben wir nicht, ne? Doch, hier sind noch drei. Äh, wie macht man nochmal Duct Tape aus Kleber? Und Stoff. Alter und Stoff. Geil. Ähm. Zu der zweiten Kiste von links. Das ist ein bisschen was. Ähm. Bin ich blind? Kleber oder was ist das? Ah, da viermal. Ja, sehr gut. Was ist denn da oben los? Ah ja, da sind ein paar. Ah ja. Ah ja. Hatte immer wieder Spaß. Ah, da kann ich zumindest gut gehen. So, da freut er sich. Wenn ich jetzt noch einen Hammer hätte, könnte ich die Spikes noch reparieren, schnell. Ja, das ist gut hier. Ja, schmeiß mal hin schnell. Boah, hast du mir in die Hand geschmissen grad. Geil. Geil. Total geil. Geil. Das gesehen. Also. Boah. Ballaber hier. Hat er keinen Holz mehr? Was soll ich herstellen? Den Brustpanzer aus Scrap? Ist wahrscheinlich sinnvoll, oder? Wird am meisten abhalten. Fickt euch doch nicht. Na, hast du da? Da kann ich drei Stücke herstellen. Drei Brustpanzer? Mach Brustpanzer, ja. Dann mache ich hier drei Stücke. Gerne. Jacky, hinter dir liegt ein bisschen Holz am Boden, wenn du brauchst. Oh, ja. Nur acht. Nur acht. Ja. Acht Holz. Ja. Haben wir es besser gebrauchen. Hat ein weißer Mann mal gesagt. Richtig. It's the church. Ja. Roosevelt. Genau der. Der war es. Der war es. So, nein. Einfach hiebsch. Dann mache ich noch Scrapgoods aus den Zweifelbleiben. Dann haben wir dreimal Brustrüstung und zweimal Stuhl. Ja. Mhm. 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 Okay. Ähm, Herr Kaiser, wo bist du? Ja. Ich hab noch den Korb und noch Mopedreifen mit 493. Wenn du willst, kannst du die ja... Mhm. Mhm. Super, ja. Körbchen sind gut. Wo bist du? Hat jemand von euch noch Holz in der Tasche irgendwie? Cool. Ja, ich hab grad ein bisschen geholt. Ähm. Wolltest du mich erschrecken? Ich hab nur ein Holz. Ja. Ich bin da. Fünfzehn. Ein Holz. Fünfzehn Holz. Ja, ja, ja. Ähm, Mopedreifen. Nimm doch mal den Korb. Ach ne, es ist nichts Metall. Es besteht nicht aus Holz. Danke. Und hier den ersten Scrap-Armor-Dings. Es ist zwar nur 35, weil ich noch nicht so so skilled bin, aber... Ja, ja. Das war okay. Von Angst. Danke. Bringt nicht viel, ja. Guck ein Bielchen. Ja, sieht gut aus. Du hattest ja auch nichts an. Jetzt mit so ein bisschen Eisen am Körper. Sieht schon... Hat was. Du bist echt klein. Ich würde sagen... Wird jetzt mal durch die Wüste rennen. Ist der bei euch auch so klein? Ne, das ist... Kleine Kreiser? Ja. Was? Kreiserchen? Du bist gleich groß. Ich würde sagen, Jack kriegt kein Scrap-Body-Armor, weil A ist er... Hat er viel mehr Skill. Und zweitens mal hat er schon Leder-Armor an. Ist in Ordnung, kriegt man Leben. Hier, wo dann? Ich hab aber auch schon Leder-Armor. Moment. Du hast eine Leder-Armor? Komm mal ein bisschen Holz. Da hinten ist ein Baum. All right. Dann gib mal deinen Leder-Armor zurück. Dann mach die... Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Hast du jetzt Scrap-Armor? Ich bin draußen. Ja, ja. Wenn ich einen Poncho anhabe, sieht man ihn nicht. Ah, ja. Doch, man hat's eben gesehen. Ne, weil ich ihn ausgezogen habe. Ach so. Thomas Holz, ich bin... Der Schutzmechanismus. Oh je. Ja. Jacky, wie hoch ist dein Leder-Armor? Ich kann grad nicht gucken. Wir müssen kurz warten. Komm mal. Okay, ich kann vielleicht doch gucken. Mein Leder-Armor ist 161 nur. Was? Okay, mein ist 160. 78er Chest-Armor. Dann würde ich den... Gib mir mal deinen Saft. Ich geb dir meinen. Nein, kommst du mal rein, dann würde ich den unten versuchen, mit der Workbench zu kombinieren. Ja, das kriegen wir gleich hin. Ich bin aber jetzt gerade Schutzmechanismus für... 1.300. Warte, ich geh mal hier drüben. Die hol ich. Für Spiele-Kaiser. Warte mal. Was macht die 1.000? Ich holt Holz. Okay. Ja. Ja. Ist echt still und das sieht voll geil aus. Die Nacht ist hell. Rudan, was hast du für Schuhe? Die Nacht ist hell draußen. Warte mal. Hier, ich schmeiß dir mal die Hälfte hin. Militärstiefel 144. Hier. Guck schon mal, dass ich die anderen beiden kombiniere. Jetzt müssen wir mal vergleichen. So ein Leder-Shest-Armor hat... Wo steht denn das Base-Preis? Woran kann ich denn erkennen, wie viel Schutz das Ding hat? Light-Armor 7. Hier nicht so weit weg, Kaiser. Woran kann man denn erkennen, was so ein... Was in der Maßstab für Schutz... Da steht ja nicht noch Prozente drauf? Ich höre ein Zombie irgendwo. Der ist am Tor. Oh, Frau. Ok, komm. Konkash 23. 19. Reicht. Reicht, reicht. Komm schon, Zombie. Ah, ja, alles klar. Okay. Dann ist das schwache... Scrap ist... gar nicht so schlecht. Die liegt. Die liegt. Ja. 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 Wir kriegen wir so. Wir kriegen wir so. Komm, 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 komm. Ja. Hat jemand Pfeile für mich? Und? Ne. Wir haben immer noch viele Federn. Lass nicht ran. Wir haben elf Stück mitgebracht. Elf Federn. Ölf. Ja, sorry. Ölf. Nee, das ist jetzt nicht wirklich... Nee. Gib mir jetzt mal deinen Brustpanzer. Brust. Klärer, Moment. Der Kleriker. Kann jemand schon Sprit verarbeiten? Nein, nein. Oh Gott. Nice. Wolltest du noch Spikes hinstellen oder reicht das erstmal? Nee, reicht erstmal, oder? Komm mal zu mir. Jackie, jetzt werf doch mal den Brustpanzer ein. Du machst mal fertig, Alter. Ach. Puh. Geil. Ich wollte nur deinen Körper sehen. Nee, baby. Jetzt kannst du wieder gehen. Tschüss. Jetzt rennt dein Pack. Mach dich back. Richtig, you did one pack. One Piece. Hauze, Plauze. So. Oh, Hunting Rifle Parts. Ganz fantastisch. Also, der ist jetzt sogar besser. Hier, erfahr mal. Das ist besser sogar als das, was wir an Scrap jetzt anhaben. Und der hat 29. Where? Und die Schuhe haben 28. Wann zieh ich mir die an? So. Hier, was hast du für Schuhe an, Herr Fleischhammer? Oh, warte mal. Der Kaiser hat nur Sneaker an. Sneaker, oder? Kann das sein? Ja, Running Shoes. Das sind die Laufschuhe. Dann nimm die hier. Einen guten Laufschuhe. So, kann irgendjemand den Sprit verarbeiten? Nein. Boah. Das ist so anstrengend. Sag mal, könnt ihr eigentlich schon Sprit verarbeiten? Können wir den nicht in der Chemiestation eventuell machen? Zuhause? Könnte sein. Ohne Rezept. Ja, aber dann müsste man das dort... Nee, dann... Ich hab Hunger. Haben wir noch was zu essen? Hier sind noch fünf Federn. Hat noch jemand Federn? Ich hab da einen so... Nee, ich hab da auch elf. Hier, hier, hier. Äh, hier... Du könntest dir einen V-Utus simpelstein auch. Ich seh deinen... Wo im Vortsatz? Wo im Vortsatz? Ich kombiniere jetzt mal die Ranches. Da hab ich nämlich... Oder soll ich die... Die lilanen sind eigentlich zu gut, ne? Das macht keinen Sinn. Doch, die halten lange. Kannst du ruhig machen. Aber nee, nee, nee. Ich würde jetzt jedem lieber eine gute geben. Nein, nein. Ich würde jetzt nicht zwei gegen eine. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ähm, gib mir mal... Wer hat eine Ranch? Du hast eine in der Hand. Jacky. Was hast du für einen Wert? 240. Dann kriegst du hier die Größe. Das ist 534. Und du... Hast du? Okay, jetzt werfen wir dann bitte eine kleine wieder hin. Ah, nein. Naja, gut. Muss schon sein. Wie hat ich von spielen? Ja. So. Halte sie mir. Rodan? Ranch? In der rechten Kiste sind auch ganz viele... Was hast du für eine? Keine. Keine? Keine ist auch eine. Okay, warte dann... Rechte Kiste oben? Von vier Leuten reparieren. Wow. Halt dran, ja. Ich wollte jetzt kombinieren. Kombinieren, kombinieren. Rechts oben in der Kiste sind ein paar. Kombinieren? Ah ja, noch eine graue, eine gelbe und noch eine 105er. Herr Kaiser, was hast du für eine Ranch? Auch keine? Nee. Die hat... Jacky. Die war 260 oder so. Sag mal, hast du noch Leder in der Tasche, Minaj? Ja. Kann ich das mal haben? Ja, warte. Krieg nicht Shit. Ja. Okay. Also, Wodan... Nee, Herr Kaiser, hier. Hast du erstmal eine Ranch wieder? Danke. Und Wodan kriegt die hier? Jetzt nur 260, aber bis wir was besseres haben, hat jeder zumindest eine Ranch um das... Gib mir mal bitte den... Leder, ja. Äh... Hier. Du hast zum Beispiel keinen Lederarmor an, oder? Oder hast du den... Nein, ich hab Eisen. Ach du bist Eisen. Ich hab Scrap unter dem Ponto. Entschuldigung. Was ich so blöd frage. Ja, aber dein Brustpanzers Leder ist besser. Mach ich den richtig, ja. Dein Brustpanzers Leder ist besser. Ich hab das extra geguckt, damit du nicht enttäuscht bist. Weil dein Wohlbefinden ist mir schon sehr wichtig, in dieser zu dir meins. Ähm, das ist nicht wahr. Du lebst noch und bist hier. Ja, kannst du glücklich sein. Von daher, was ist los? Verstehe ich die Wahrheit nicht. Also ich könnte noch bessere Ledersachen machen. Ich bin bei 158, wenn wir die jetzt ein bisschen miteinander verbinden. Verstehst du? Ey, ich hab deins hab ich schon aus drei Stück kombiniert. Ist noch irgendwas zu futtern da. Sandwich. Honig. Nee, Sandwich mag ich nicht. Das ist so grün. Potatoes. Honig. Mehl. Das ist überhaupt nicht gut. Wir haben nichts zu futtern, ne? Da waren noch keine Tiere oben, ne? Nee. Haben wir den Shamway schon auseinander genommen? Dann sollte man gleich nochmal gucken. Kannst du ganz doll Hunger haben? Weil ich hab hier noch Honig. Ich hab sechs Prozent, äh vier Prozent. Ja, dann nimm mal den Honig nicht von mir. Ja, aber macht der satt. Ja, ein bisschen was. Satt ist was andere. Oh, elf. Fünf Prozent. Das ist auch besser als nicht, ne? Yeah. Ja, Beatles. Und hier ist auch nix noch in den... Nice. Du kannst auch Blood Packs essen. Stimmt. Gib die Fullen jetzt? Ja, fünf. Boah. Schöner Eisenhaltigen Blut. Erstmal schön Plasma-Blut reinhauen hier. Das ist mal jetzt fehlt. Wir waren... Wir waren... Irgendwie haben sie Angst vor der Geschichte jetzt. Wir waren bei Essen beim... Ähm... Sushi Circle hier in Frankfurt. Also kannst du irgendwie für 20 Euro oder sowas kannst du All You Can Eat machen am Sonntag. Ja, Sushi Circle. Das ist immer schwierig, weil die Frau ist dann immer nur Kapamaki oder wie sie heißen... Weißen die richtig? Die mit Gurke und so drin, weißt du? Die billigen in dem Sinne. Und Minya ist immer hier Sashimi, äh Lachs, weißt du? Richtig. Ja, ja. Muss halt richtig Gas geben. Sehr teurer. Und das haben die halt nur selten dann bei diesem All You Can Eat mit auf der... Was passiert hier? Achso, dann ist das Ding auch so... Und das haben die halt nur wenig auf der Karte, weil es da teuer ist, ne? Ja. Und dann hat auf einmal... Der Chef hat hier Thunfisch aufgelegt. Ich habe vorher nie rohen Thunfisch gegessen. Und ich werde es auch nie wieder essen. Jetzt nimmst du das schon. Jetzt mögen die Sushi-Kenner würden sagen, boah, das ist doch lecker, das ist doch super. Ja. Ne, sorry. Ich habe mir da, also auch wenn das eigentlich schlecht zubereitet war, auf jeden Fall, ich habe diesen Thunfisch genommen und habe den so abgebissen, richtig großen Brocken oder sogar am Stück, ich weiß nicht mehr. Und kennt ihr das, wenn ihr Nasenbluten hattet? Was? Weiter muss ich glaube ich nicht ausführen, oder? Mhm. Ne. Hat nicht. Oh Gott. Verstehe ich nicht. Das hat geschmeckt, als hättest du nach dem Nasenbluten... gemacht. Verstehst du, was ich meine? Ich hatte den Mund voll einem irgendwas, was von der Konsistenz widerlich, also für mich widerlich war, plus Eisenhalt. Ich weiß nicht, wie du eine Blut im Mund hast. Ich habe so, ich habe wirklich, ich habe da gesessen und habe so... Also wirklich, ich hatte echt an mir gehalten, um das komplette Sushi, was ich vorher reingedrückt habe. Echt? Der hat ja irgendwas falsch gemacht. Also es hat total nach Blut geschmeckt. Ich weiß nicht, warum es total nach Blut geschmeckt ist. Es hat so wie Nasenbluten und ich habe, seitdem kann ich das Zeug nicht an... Also es war wirklich... Boah, der wird mir jetzt schon wieder schlecht, wenn ich dran denke. Also ich habe, äh... Ich habe das letzte Mal Sushi gegessen und das war sehr toll. Thunfisch? Ja, Thunfisch. Ja, Thunfisch. Das schmeckt fast am besten sogar. Jedem, dem ich das erzählt habe, sagt man alle. Aber das hat so nach Blut geschmeckt, das war so... Ich weiß nicht, was schief gelaufen ist, ob der Thunfisch vielleicht nicht ordentlich ausgeblutet ist oder was man da falsch machen kann. Keine Ahnung. Also ich kann nicht nur sagen, das war unfassbar ekelhaft. Ja. Ich esse alles gerne. Ich esse Lachs gerne. Also ich habe nichts gegen rohen Fisch, ne? Also... Lecker. Ja. Aber das war... Ich brauche noch mal ein bisschen Holz. Äh... Spili? Spili? Spüli Kaiser? Spüli? Komm, wir haben 4 Uhr. Komm, wir gehen raus. Ich habe Hunger wie die Sau. Wir holen uns Holz, komm. Jack, liegt hier. Holzi. Ich fahre mal in den Laden und gucke mal, ob da irgendwas ist. Wo stehen die eigentlich? Ähm, wir wollen heute nach Hause, ne? Geradeaus. Wollen wir das noch irgendwie... Geradeaus, hier. Ah... Oh, ist ja schön. Warte mal. Das muss ich aber direkt mal... Screenshot-inieren. Screenshot-inieren. Das sieht ja geil aus. Ich überlege nur gerade, wie rum. Na ja, so ist gut. So. F7... Geil. Cool. Sieht echt gut aus, die Mobbads. Sind die ja auch getunt? Na klar. Tiefer gelegt. Mit Lachgas. Einspritzer. Alles. Alles. Was ist hier los? Ein Bewerber. So. Macht's gut, ihr Loser. Juhu. Jake. Wir können doch doch die Tank in der Tank. Wir müssen noch... Noch was rumliegen, oder? Wann geht hier? Wann geht hier? Waren wir schon in Bobs Café? Haben wir das leer gemacht gehabt? Du hattest das schon mal in irgendeiner Folge, müsste ich sagen. So. Und dann stahl ich. Dann machen wir die Autos eben fertig. Sorry. Ich helf dir. Ich mach mit. Ein bisschen Benzin noch raus. Ja. Angriff der Killabinen. Hier in der Tank ist es... Kann man doch sicherlich noch Autos auseinander bauen, oder? Hier im Parkhaus. Ja, im Parkhaus. Sorry. Ja. Pack nicht rüber. Das ist voll, ja. Huiiii. Was? Ich guck jetzt noch mal, ob es dir was zu essen gibt. Huiiii. Au! Du blödes Mistvieh. Es sind auch noch viele Autos. Minja, das hattest du jetzt an alle Lederarmor verteilt? Nein, ich hatte einmal Scrap-Armor. Und das war aber jetzt so niedrig, weil ich es noch nicht so oft gecraftet habe. Achso. Dass dein Lederarmor besser war kombiniert als, ne? Weil ich hab jetzt noch zweimal... Aua. Ah. Leder. In 170. Aua. Ich hab mich grad am Zweig. Ja, dann kombinieren die mit deinem. Dann hast du doch einen besseren. Na, ich hab sie jetzt noch zweimal im Machtrat. Also, meiner ist jetzt schon bei 190. Ja, guck... Ne, guck, was der... Was der... Was der Bär? Ne, klasse. In der Apokalypse kann man sich auch ein Team sparen, würde ich sagen. Wollen wir da schon noch abholen. Wie ist das weggegangen? Hab mich zu Hause stehen lassen. Back to the 70s. So, ich geh nie, äh... Ähm, das ist eine falsche Aussage, weil wir sind weggefahren. Ja. Und haben dich dann stehen gelassen. Ihr wollt mich doch verarschen. So, hier bauen wir ein Hotel. Auch falsch. Ich fahr jetzt ins Park. Moment. Ich... Auch falsch. Auch richtig. Okay, der baut seine eigene Base und wir treffen uns in der Mitte. Auch falsch. Du darfst nicht bauen. Boah, hier kann man gar nicht rein. Bei Zombies sind aber wieder... Spawning? Spawning hier. Auf deine Bettrolle? Spawning mal meine Bettrolle. Nee, da spawnt nur Ecke. Und Wasser und BD. Und Taubi. So, ich hab die Schranke entfernt vom Parkhaus. Man kann jetzt mit dem Opfer sogar rein. Spawning. Hallo, Zombie. Äh, du und ich. Und der große Hammer. Stopp, 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 stopp. Komm, 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 komm. So, ich guck mal im Schamboi, ob da was ist. Und ein Hund. Ach, da war's verträgt. Der blöde, blöde Zombie. Blöde, blöde Zombie? Ja. Blöde, blöde. Blöde, blöde. In Autos spawnt auch kein Loot, ne? Das war doch so. Was? Respawn nicht, ne. Respawn, ja. Entschuldigung, ich hab mich falsch ausgedrückt. Nee, leider nicht. Leider nicht. Oh, wie schön Sprit hier. Sehr gut. Ah, die wollen mich. Bin Mode. Shit. Okay, Hotel. Der Shamboi sieht schon ziemlich fettig aus. Ah, ich brauch irgendwas zu essen. Ich weiß nicht, ich hab noch drei Prozent. Nee. Wär echt super, wenn ich was zu essen kriegen könnte. Die spawnen richtig viele Zombies. Alles leer hier. Rohes Fleisch ist hier. Guck mal. Hm. Naja, ich nehm auch irgendwie... Kann man Zombiefleisch nicht trocknen? Trying Rack? Ne, egal. Das ist noch nicht implementiert oder so ein Kram. Oder? Nein, ich glaub nicht. Nein, nein. Nein, nein. Ich weiß doch nicht, ob so was kommen soll. Ja, aber dem Trockenfleisch meint man doch nicht. Ob das jetzt Uni oder Hase oder Schweine oder... Ey, für Schweine. So anlockt. Ach, das ruckelt so. Und wenn du in den Minibug fährst. Das stottert so ein bisschen. Das kriegen sie auch nicht hin, dass das mal schick ist, ne? Ja, ich glaub das hat was damit zu tun, wie das sich mit dem Server synchronisiert. Ah ja, okay. Kann auch sein. Das hat, glaub ich... Das hat schon lange oder noch nie im Einzelspieler probiert. Wohl eher noch nie. Wann hast du schon mal letztes Mal Einzelspieler gespielt? Ja, ja. Toon and Wolfs, äh... Alleine noch. The Lone Wolfies. Waren glaub nur fünf Folgen oder so? Ne, 20 waren es. Ah, ihr meint? Und der kam schon drüber. Hat das ganze... Enderorganisation von Enderfischen. Und jetzt fängt der an. Dann hat er noch gesagt, ne, aufnehmen, Kalk nicht. Keine Zeit. Ja, das brauchen wir ja nicht probieren. Und zack, Stream an. Jetzt entwickelt sich der Kanarisch. Ja, ja. Hat schon Fleischhammer-Konkurrenz aufgenommen. Der alte Nutznießer. Nein. Die olle Blinse. Ähm, ich hab jetzt drei Reifen... Oh, mein Luf-Ding ist anscheinend... Drei Reifen brauchst du nicht, Ding. Weil, ist mir schon klar, aber sie haben... Sie sind lila, also von daher würde ich sie doch ganz gerne... Ah, gut, da muss man einen Kaiser fragen, wie das aussieht. Kannste die dran bauen. Kannste. Kannste haben. Äh, was grepp ich denn jetzt? Pfff, bitte. So, wir sollten langsam zurück, weil Horde... Wir können doch einfach die Horde wegfangen. Ja, aber wo werden wir die Horde... ...erleben? Das wäre geil, ja. Nein, wo werden wir... Überleben werden sie übersichert, äh, in unserem... ...lootkeller. Überleben, ja. Meinst du, wir können den Lootkeller überleben? Natürlich. Klar. Dafür ist das Ding über out, konzipiert und fertiggestellt worden. Archiviert. Warte mal. Ich habe es gespeichert. Achso. Rüezi, wo? Rüezi, immer hupen. Mini. Mini, also ich habe ein Stück Fleisch in der Tasche. Wie hupen man eigentlich? Äh, X. Klingt wie so ein alter Esel. Warte mal. Bleib mal stehen. Da ist noch ein Auto. Meinst du mich? Ja. Ich spring dir ein Stück Fleisch. Das ist gut. Ich bin jetzt nämlich bei null Prozent. Jetzt geht es langsam auf die Substanz. So, liegt hier. Klonk. Donkey. Bitte. Guten. Okay. Was macht der? 14 Prozent? Wow. Jo. Okay, ich hole mir jetzt irgendeinen Keller-Asalon und nehme sie aus. Du musst doch irgendwas rumrennen. So ein Hund ist auch verfault, ne? Ja, alles verfault. So nichts essen. Scheiße. Weißt du, man müsste angeln können, oder? Ja. Ja, so eine Sachen. Das wäre geil. Angeln. Fände ich super. Hühner fangen und züchten. Ja, auch so ein bisschen entspannt. So, dass du dich einfach hinsetzen. Das dauert halt auch wirklich im Moment. Also es muss ja nicht, ich weiß ja, instant sein. Dynamit fischen zum Beispiel. Wird aber super. Geil. Ja. Voll dabei. Beim Dynamit fangen. Mit die Angeln. Angeln. Ja, ist gleich wieder da. Ich bin nur müde. Da scheint, was gefangen zu haben. Zum LKW. Hier ist Wald. Oh, das Hotel ist gut für scavenging, sag ich dir da. Ja. Siehst du so weg. Ja. Wird aber auch langsam hungrig weg. Es sind keine, doch da Hirsch. Hirsch. Wie tankt man eigentlich so einen Bock auf? E halten und dann Gas. Auf Recurl, ja. Ja. Eins hat, jetzt zieht das mir einfach aus der Tasche. Ah, jetzt bin ich vollgetankt. Geil. Ne, bin ich nicht. Der hat wirklich 250 Spaß. Hm. 250 Kanister? Mhm. Was? Ja. Okay. Da passen irgendwie tausend drin, glaub ich, ne? Ja. Und je besser der Motor ist, umso weniger verbraucht der. Ohohoho. Also mit dem 1er Motor saugt der so durch. Frau Often und vielleicht Par. Ups. Hey. Und Press, allerdings ich muss mal den einen stein, der kann weg. Oh, eine lila Batterie, wie geil! Jetzt hol ich ihn alles aus der Möhre raus. Ich habe schon zwei, ein hunderter Motor kann ich scrapen, oder? Jaaa, kannst du benutzen, um dein Motor aufzuwerfen? Ja, genau. Ahja, stacken. Den können wir zur Reparatur benutzen. Okay. Ich hab gleich ein Mobhead, wo ich hier Evil-Kniebel mach, die Raketenantrieb. Brauchen wir trotzdem was zu essen, das gibt's noch nicht. Ich hab ein bisschen Fleisch, nehm ich da mit. Ja, ich nehm jetzt, ich fahr grad durch die Stadt und mach einen oder anderen weg. Da ist noch eins. Crack a book. Stille. Ja, es ist still, wie spät ist es? 8.45 Uhr. Wollen wir uns ne Zeit ausmachen, wollen wir nach Hause gehen? Zurückfahren? Du willst jetzt komplett zurückfahren wieder? Naja, Horde, heute Nacht, Überlebenswelle. Im Keller? Nein, nein, Entschuldigung, da haben wir uns falsch verstanden. Wo willst du überleben? Willst du in unserem... Ja, ja, zu Hause. Ach du... Ah, jetzt weiß ich jetzt... Schließt sich der Kreis? Entschuldigung, ja, 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 ich bin ein bisschen dämlich. Aber das wisst ihr ja. Boah. Ne, ähm, ihr wolltet in dem Dings überleben, ihr wolltet in unserem Fallobstkeller da unten. Ja. Alles klar. Ja. Also zumindest wäre das die Möglichkeit, es tatsächlich zu überleben. Besser, oder? Ja, ja, besser als in unserem roten Haus, weil ich dachte, ihr wollt echt im roten Haus überleben, weil das glaub ich nicht, dass das cool gewesen wäre. Ne. Also wir sollten so gegen Mittags losfahren, oder? Ja, ein bisschen vorbehalten. Wir sollten uns um 12 da treffen. Also hier am Trepppunkt. Unterwegs ein paar Tiere mitnehmen. Das wär auch nicht schlecht. Und dann nach Hause peitschen. Guck mal, ein Moped steht direkt vor der Tür. Ich glaub, wo wir grad gestartet sind. Ne. Weiß ich nicht. Ach, das geht doch. Guck mal um die Ecke hier. Da steht noch ein Moped, genau. So bunte Fähnchen dran machen. Ja. So. Mal unter die Haube gucken. Ich hab noch ein 400 Moped Motor dabei. Ja, 444 hab ich auch, ja. Aber der hat 447 hier drin. Ich mach nur die, ich mach nur die besseren Reifen drauf. Ach, man brauchst nur einmal Reifen. Ach so. Ach, Crossbow-Schematics. Jetzt gibt's schöne Crossbows. Yeah. Hab ich den Korb unten? Ahem. So. Und dann, äh, wird's langsam Zeit. Scheiße, jetzt hab ich den Sprit hier raus. Jetzt hab ich einen Motor zu fielen. Jacky. Ja? Was denn? Ach so. Oh Gott. Meine Damen und Herren, jetzt ist schon wieder soweit. Es war Samstag. Wir wollen auch, ich hab's noch diese... 30 Minuten Sperre. Ich hab's noch eine 30 Minuten Folge in dieser Aufnahme. Es ist interessant, dass wir vor allem so drin sind. Ja, 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 ja. Total geil irgendwie. I love it. Äh, lass den Daumen da auch mal bei Spiele-Kaiser und bei Wohlan drin schauen. Äh, Minias ignorieren. Ähm, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Love you all. Ekelhaft. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.